Hallo liebe Hochzeitsinteressierten, mein Name ist DJ Rusty und in der heutigen Episode meines Wild DJ Logs nehme ich euch mit zu einer meiner Hochzeitsbesichtigungen. Aber da stellt sich doch gleich einmal die Frage, wofür muss ein DJ die Location-Vorame überhaupt besichtigen? Nun, das ist ganz einfach erklärt. Es ist sehr wichtig, dass der DJ weiß, was auf einen zukommt, wie schaut die Location aus, wie sind die räumlichen Bedingungen, was für akustische Herausforderungen kommen auf mich als Hochzeits-DJ zu, wo sind die Stromanschlüsse, dass man einfach genau weiß, was muss ich mithaben. Und nebenbei wird bei diesen Location-Besichtigungen auch noch die letzten Ablaufdetails besprochen. Für die Hochzeits, wann kommen die Gäste, wann ist das Ding dann geplant, was für eine Musik ist geplant. Und sehr viele Dinge einfach, die notwendig sind, vorab mit der Location auch anzuklären. Heute sind wir hier im Kreuzstadion in Steindorf in der Nähe von Scheunerbau. Das ist eine sehr, sehr rustikale Location. Hat sie doch einen gewissen Bauernscheunen-Stil. Und wir werden uns drinnen gleich noch ein bisschen anschauen, wie es da drinnen aussieht. So, hier ist dann der Bereich, wo die Tanzbühne sein soll. Wie gesagt, man sieht, es ist alles doch sehr rustikal. Wir sehen hier im Übrigen mein Digi-Pult. Ich habe mich dazu entschlossen, einen kurzen Probeaufbau zu machen. Einfach nur, ob ich mit meinem Aufbau diesem rustikalen Ambiente auch gerecht werden kann. Also das funktioniert. Wir sehen hier auch, es sind mehr als genug Steckdosen in unmittelbarer Umgebung. Wir schwenken hier rüber jetzt. Hier wird dann der Bereich sein, wo die Gäste hereinkommen werden. Hier drüben wird dann aufgebaut werden fürs Dinner. Schaut alles noch sehr unspektakulär und rustikal aus. Aber in meinem nächsten Video werdet ihr dann auch sehen, dass man trotzdem eine doch so rustikale Scheune quasi auch wunderschön herrichten kann für eine gelungene Hochzeitsfeier im rustikalen Stil. In diesem Sinne, sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann vergesst bitte nicht das Video, besser gesagt den Kanal auch gleich zu abonnieren. Bis dahin, tschüss, euer Rusty.